So, heute wollen wir mal Mother Gun Chip anschauen. Hab's noch nicht angespielt, seid jetzt live dabei. Jetzt das erste Mal. Jetzt spielen wir. Das ist gut für mich. Das wird es tun. Gib ihnen die Armour. Hör, Recruite, du möchtest nicht viel, aber das ist nicht wirklich wichtig für mich. Was ist wichtig, ist, dass wir dich rauskommen. Gehen wir. Gehen wir. Das Armour, das du hast, ist mit Triple Jump Boots. Wir sehen uns über die Aufgradung mehr, wenn du es auswählst. Sensor showen, dass da ein paar Turrets in der nächsten Runde sind. Punch sie in die Faseparts. Oder, in allem, wirklich. Just punch sie. Your armor can take a beating, but you'll need a gun. In that shop there should be some gun parts and a crafting bench. Pick up the parts. Das ist ein bisschen tiefer. Willkommen zu Joe's Arms and Armoury Crafting. Wenn du ein Socket wählst, hast du dein Inventory, wo du kannst du Parts wählst. Du hast drei Tabs in dein Inventory. Connectors add more sockets. Gaps do funny things to your entire gun. And barrels, well, those should be obvious. There are only two rules. First, parts have to physically fit where you want to put them. And second, barrels need to face forward. You could thank the insurance companies for that. Go ahead and try adding a new part now. Add, remove, or rotate parts however you want. But keep an eye on your energy costs. Every part you add costs more energy to fire. So sure, build a 40-barrel gun if you want. Just be prepared to only fire once before having to wait for the recharge. Done crafting? Don't worry, you'll get better at it. Wilkinson, can you get that door open? I'm on it. Collect any money you find. That's how we fund this resistance, after all. It's also the only way you're getting a better gun. At least for now. So, we're looking for a self-destruct button. Should be easy to spot. Big, red, obvious. The archivists like to do things by the book here. That's your ticket out. No, I'm going to bustle, no more, something else. Okay. No, I'm not, sure. You're looking for it. Okay. So, das war mir auch so. Ich weiß nicht, dass ich jemanden wie dich erwartet. Unsere Ente sagt, dass du ziemlich der Soldat nach der Invasion warst. Ich hoffe, dass du so gut wie die Räume vertreten. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Ich weiß nicht, dass du so gut wie die Räume vertreten kannst. Das ist die Sache hält die Erde hostage. Das ist unser Target. Das ist die MOTHER-Gun-Ship. Welcome to your Headquarters. Fully Autonomous and Isolated from the rest of the Resistance. Just in case you're compromised. Das ist Jasper. A Loner AI who runs the ship. I've got three other total- When you're ready, head on up to the bridge. There's a panel under that big globe you can activate to see your next mission. The Resistance is about more than just destroying the mother gunship. We're giving you some gun parts to get you started, recruit. Everyone likes options. You can only bring a few gun parts with you on a mission. Some missions will allow for more gun parts. Don't judge me. I don't make the rules. Right. And if you die, you'll lose all the gun parts you have taken with you. Avoid that. Now, as much as I'd like to, we can't just waltz over to the mother gunship. It's usually cloaked and shielded. Luckily, Wilkinson thinks she's got the answer to that. Most Archivist ships have a data core at their heart. Your mission? We need intel about getting more intel about getting intel about cloaking. Ah yes, a foundry ship. We've never figured out what they build on these ships. But I know what you will be- The data core should only be a few rooms in. It should be as simple as getting in, getting the core, and getting out. Nice and easy. Let's see. All paths should eventually lead to the ship's core It's just a matter of how dangerous Well, well, well Well, if it ain't the stuffy colonel Shepherding another s- Hylus, you take your m- Commander Hylus Same way we b- Ha! T- So, he must be done Too much Thank you So, bring sent Okay. Oh, ich kann mir die Brüder sein, dass ich da bin. Jetzt ist er einfach zu groß. Dann machen wir den Ding hier drauf. Jetzt kommt der Ding hier drauf. Dann kommt der Ding hier drauf. Dann kommt der Ding hier drauf. Das war's für heute. 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 Okay, soviel zu Mother Gun Chip. Ich habe den kleinen Eindruck, mein Favorit ist es nicht, weil wer auf sowas steht, ist bestimmt gar nicht so schlecht, vor allem mit dem Waffen zusammenbasteln. Da kann man bestimmt schon ordentlich Firepower generieren. Und ein bisschen taktieren. Ich denke auch, ich bin so teuer. Und so weit aufsteht. Und so weit aufsteht. Wilkinson, kannst du das Ding analysieren für Informationen auf dem Kloaking-Device? Das ist nicht. Das ist nicht. Also dann, man sieht sich. Und so weit aufsteht. Und so weit aufsteht. Und so weit aufsteht. Und so weit aufsteht.